Stefanie. Stefanie Heinzmann. Wie schön. Lange nicht gesehen. Ist was? Immer noch böse wegen dem Weihnachtsgeschenk letztes Jahr. Das war letztes Jahr, das ist doch längst verjährt. Ach komm Schatzi. Zu Weihnachten hast du mir versprochen, dass du mir einen Erzkelb schenkst. Und ich hab sofort gerochen, was du dir so dabei denkst. Du schenkst mir Biber. Und das stinkt mir. Biber, bin ich wirklich leid. Biber. So ein Stinktier. Biber, nein, das geht zu weit. Warum bist du so fies? Biber sind doch wirklich süß. Pfötchen, Zähnchen und auch Schwanz. Zeig doch bitte Toleranz. Doch nicht für Biber. Nichts als Sorgen. Biber nagen jederzeit. Biber. Biber. In the morning überall machen sich die Viecher breit. Biber sind doch wirklich prächtig. Leider sind sie unbequem. Biber nerven wirklich mächtig. Sag Baby, wo ist da ein Problem? Du schenkst mir Biber, ey. Ohne Rücksicht. Biber sind doch wunderbar. Biber, bitte, bitte nicht mehr. Na gut, dann gibts nen Maulwurf nächstes Jahr. Biber, bitte. Vielen Dank! Woohoo! Vielen Dank!